Häufig ist es sinnvoll und nötig, mehrere Variablen zu einer Einheit zusammenzufassen. Wenn diese Variablen alle den gleichen Datentyp haben, könnte man das einfach über ein Array machen. Dieser Fall ist aber eine Ausnahme, denn typischerweise will man Variablen von unterschiedlichen Typen zusammenfassen. Zum Beispiel, wenn man einen Datensatz speichert, der aus einem Zeitstempel und einem Wert besteht. Der Zeitstempel hat den Typ TimeT, das ist hier ein spezieller Typ, um Zeitpunkte zu speichern. Und der Wert hat den Typ Double. So, um Variablen unterschiedlicher Datentypen als eine Einheit speichern und verarbeiten zu können, muss man diese in einer Strukturvariablen zusammenfassen, die dann im Programm als neuer Datentyp aufgefasst werden kann. Weil Strukturvariablen, sogenannte Member-Variablen von fast beliebigen Datentypen vereinen, werden diese auch als komplexe Datentypen bezeichnet. Zuerst einmal schauen wir uns hier die Funktion Diff aus der Standard Library an, die als Rückgabewert eine Strukturvariable hat. Die Funktion berechnet also den Quotienten x durch y, zweier Zahlen x und y, sowie auch den Rest der Division. Der Quotient und der Rest sind also zwei Werte, die zusammengefasst in einer Strukturvariablen div-t von dieser Funktion zurückgeliefert werden. Der Quotient und der Rest sind also sogenannte Member-Variablen oder auch Strukturelemente. Jetzt wenden wir diese Funktion einmal in einem einfachen Beispiel an, um daran schon mal zu erkennen, wie man auf die Member-Variablen einer Strukturvariablen, hier also auf den Quotienten und den Rest zugreift. Hier habe ich also zunächst einmal die Variable vom Typ div-t angelegt und dieser gleicht das Ergebnis der Funktion div zugewiesen. Im printf gebe ich dann hier den Quotienten und den Rest der Division aus und der Zugriff auf diese Werte erfolgt mit dem Punktoperator. Man gibt dazu also den Namen der Strukturvariablen an, gefolgt von einem Punkt und dann den Namen der Member-Variablen, die in der Struktur div-t, also Quad und Rem heißen. Diese Namen muss man nicht auswendig lernen, sondern gute Entwicklungsumgebungen sollten die möglichen Member-Variablen schon von alleine anbieten, nachdem man hinter den Namen der Strukturvariablen einen Punkt gesetzt hat. Hier sieht man also, dass nachdem ich den Punkt hinter den Variablen Namen res gesetzt habe, ein Kontextmenü eröffnet wird, in dem dann die beiden Member-Variablen Quad und Rem angeboten werden, die dann eben ausgewählt werden können. So, jetzt haben wir also schon verstanden, was Strukturvariablen sind und wie man auf die Member-Variablen zugreift. Hier habe ich jetzt nur den lesenden Zugriff gezeigt, aber wie man gleich noch sehen wird, erfolgt der schreibende Zugriff auf die Member-Variablen in gleicher Weise, also mit dem Punktoperator. Kommen wir jetzt also dazu, wie man eine Strukturvariable definiert. Und das mache ich an dem Beispiel eines Datensatzes, das ich eingangs schon angeführt habe. In einem Datensatz sollen ein Zeitstempel und ein Wert gespeichert werden. Und um einen Zeitstempel vom Typ timeT verwenden zu können, muss ich hier zunächst einmal die Bibliothek time.h einbinden. Und dann kann ich die Struktur definieren. So habe ich nun also eine neue Strukturvariable angelegt mit zwei Member-Variablen. Member-Variablen müssen aber nicht zwangsläufig nur einzelne Variablen sein, sondern man könnte in der Struktur auch ein Array als Member-Variable ergänzen. Machen wir das hier nochmal, indem wir zu einem Dataset noch einen Data-Tip speichern. Das könnte also zum Beispiel ein Kommentar zu einem Wert sein, den wir dann in einem Char-Array speichern. So, jetzt können wir von diesem neuen Datentyp eine Variable deklarieren. Dazu gebe ich wie gewohnt den Datentyp an und den Bezeichner der Variablen. Der Datentyp ist hier StructDataset. Das Schlüsselwort Struct gehört also zum Datentyp dazu, was wir ja auch so schon bei den Aufzählungsdatentypen gesehen haben. Um dieses Struct zu umgehen und damit den Bezeichner des Datentyps handlicher zu machen, kann man aber wieder mit typedev eine Typ-Neudefinition vornehmen. Das kann ich entweder in der Deklaration der Strukturvariable machen, also so, wobei ich dann eben darauf achten muss, dass der Datentyp jetzt nicht mehr StructDataset ist, sondern nur noch Dataset. Oder alternativ kann ich auch die Typ-Neudefinition der Definition der Struktur voranstellen. Das würde dann so aussehen. Dieser Befehl hier in Zeile 5 sieht zunächst etwas ungewohnt aus. Man kann das aber einfach als Übersetzungstabelle verstehen. Typedev legt also fest, dass der Datentyp StructDataset ab sofort nur noch unter dem Namen Dataset verwendet werden soll. Das muss ich also bei der Deklaration der Variablen beachten und dann hier das Schlüsselwort Struct eben weglassen, wie ich das gerade schon in Zeile 14 vorgenommen habe. Okay, bisher haben wir also nur eine Variable vom Typ-Der-Strukturvariablen-Dataset deklariert, aber noch nicht initialisiert und das hole ich jetzt nach. So würde es also aussehen, wenn man die Variable vollständig initialisiert. Die Werte der einzelnen Member-Variablen schreibe ich dazu in geschweifte Klammern, jeweils durch ein Komma getrennt. Wichtig ist dabei, dass die Reihenfolge der Member-Variablen in der Struktur eingehalten werden. Um die Strukturvariable auszugeben, muss man dann auf die einzelnen Elemente der Struktur zugreifen und diese dann entsprechend formatiert ausgeben, zum Beispiel in einem Printf. Das mache ich jetzt hier in zwei Printf-Anweisungen, wo ich also auf Timestamp, Value und Datatip zugreife, jeweils eben mit dem Punktoperator, wie wir das zuvor auch schon gesehen haben. So für eine Ausgabe einer Strukturvariablen gibt es also keine vordefinierte Funktion, die die Werte der Member-Variablen der Struktur dann vollständig ausgibt. Das ist auch einfach ersichtlich, wenn man sich nämlich vor Augen führt, dass eine Strukturvariable ja beliebige Datentypen beinhalten kann, die eben vom Programmierer beliebig zusammengestellt werden können. Wenn man eine spezielle Ausgabefunktion für eine Strukturvariable braucht, muss man sich diese also selber schreiben. So eine solche Funktion wollen wir jetzt hier aber nicht schreiben, sondern wir schauen nochmal auf die Initialisierung. Die kann ich nämlich auch anders durchführen. Wenn ich nämlich zum Beispiel gar nicht alle Informationen habe, um alle Member-Variablen mit Werten fortzubelegen, dann kann diese Initialisierung auch partiell erfolgen. Hier weise ich jetzt der Variablen d, also nur Werte für Value und Timestamp zu und dabei muss ich nicht einmal die Reihenfolge beachten, in der die Member in der Struktur deklariert werden. So bis hier haben wir nur eine Variable vom Typ der selbstdefinierten Strukturvariablen angelegt, aber genau wie von jedem anderen Datentypen können wir natürlich auch von dieser Struktur ein Array erzeugen. Hier haben wir also ein Array von 100 Datensätzen. Auf die einzelnen Variablen in dem Array greifen wir wieder über die von Arrays bekannte Notation mit den eckigen Klammern zu und über den Punktoperator kommen wir dann an die jeweilige Member-Variable des Elements. Das demonstriere ich jetzt einmal, indem ich alle Elemente des Arrays mit simulierten Zeitstempeln und Messwerten befülle. In der Variable now speichere ich die aktuelle Systemzeit und die ist kodiert in einer ziemlich großen Zahl und diese Zahl, das sind die Sekunden, die verstrichen sind seit dem 01.01.1970. Dieser Zeitstempel wird auch häufig dazu verwendet, einen Zufallsgenerator, der in der Funktion sRand implementiert ist, zu initialisieren. Die aktuelle Systemzeit ist nämlich ein Wert, der eben immer anders ist und wenn dieser Wert für die Initialisierung des Zufallsgenerators immer anders ist, dann liefert der Generator auch immer andere Zufallszahlen. So und in der Vorschleife greife ich dann über den Schleifenindex auf die einzelnen Elemente des Arrays zu, hier also in den eckigen Klammern und über den Punktoperator danach erfolgt dann wiederum der Zugriff auf die Member-Variablen, denen dann entsprechende Werte zugewiesen werden. Das sind hier also irgendwie erdachte Werte. So, damit wir hier einmal sehen, wie die Werte initialisiert sind, kann man die Werte von ein paar Elementen des Arrays auch ausgeben. Hier sehen wir also die Ausgabe mit den Zeitstempeln und simulierten Werten. Am Beispiel der Struktur Dataset haben wir jetzt gesehen, dass eine Struktur Variablen von ganz unterschiedlichen Datentypen zusammenfassen kann. Was ich hier noch zeigen will, ist, dass eine Struktur auch andere selbst definierte Strukturvariablen oder Aufzählungsdatentypen aufnehmen kann. und dazu erweitere ich dieses Beispiel hier um eine neue Struktur Dataseries, die also eine Datenreihe darstellt. Dataseries speichert also ein Array von maximal 100 Datenpunkten und die Reihe kann auch einen Namen haben, der in dem String DSName steht. Hier haben wir also eine Struktur innerhalb einer anderen Struktur. Jetzt erweitern wir das Beispiel noch weiter, um zu zeigen, dass auch Aufzählungsdatentypen Member-Variablen sein können und erstellen zunächst einmal einen Aufzählungsdatentypen, der eine physikalische Einheit repräsentiert. In diesem Inam stehen also drei mögliche Einheiten, Volt, Ampere und Watt. Und damit ich gleich auch das richtige Symbol zu der Einheit ausgeben kann, habe ich dazu noch eine entsprechende Ausgabefunktion hier ergänzt. So, damit können wir nun die Struktur Dataseries noch um eine Einheit vom Typ eines Aufzählungsdatentyps erweitern. Anstelle des Arrays von Dataset hier in der Main-Funktion können wir nun also eine Variable vom Typ Dataseries erstellen und diese wieder partiell initialisieren. Beim Zugriff auf die einzelnen Datenpunkte müssen wir jetzt beachten, dass das Array von Dataset ja selber eine Member-Variable von Dataseries ist. Das heißt, um jetzt also auf die Variablen Timestamp und Value zuzugreifen, müssen wir den Punktoperator mehrfach anwenden. Mit dem ersten Punkt hier greifen wir also auf die Member-Variable ds in der Struktur Dataseries zu und diese ist aber selber wieder eine Strukturvariable. Auf deren Member-Variablen greift man dann also mit dem zweiten Punkt zu. Das gleiche gilt eben auch für die Ausgabe der Werte und hier können wir jetzt noch zusätzlich die Einheit ergänzen, die eine Member-Variable in Dataseries hat. Die Ausgabe ist sehr ähnlich zu dem, was wir vorher schon gesehen haben, mit dem Unterschied, dass man jetzt hier eben noch zusätzlich auch die Einheit hinter dem Wert ablesen kann. Tatsächlich hat sich aber an der Ausgabe nichts geändert, nur die Struktur des Programms ist jetzt eine andere geworden. Wie wir jetzt also gesehen haben, können Strukturen komplexe Gebilde sein, die unterschiedliche Datentypen oder auch andere Strukturen zusammenfassen. Hierbei gibt es allerdings eine Einschränkung. Strukturen können sich nämlich nicht selber als Member-Variablen aufnehmen. Das wäre hier also eine falsche Deklaration einer Strukturvariablen und dass das nicht gehen kann, ist ziemlich logisch, da die Schachtlung dieser Struktur dann ja unendlich wäre. Was aber durchaus möglich ist, ist, dass eine Struktur einen Pointer auf denselben Datentyp speichert. Das wäre also eine zulässige Deklaration einer Strukturvariablen und hier könnte eine Datenreihe auf eine andere Datenreihe verweisen. Eine sinnvolle Anwendung dafür ist, dass in der Datenreihe, auf die der Pointer hier zeigt, eine Messwertaufnahme zum Beispiel fortgesetzt wird, weil in einer Struktur ja nur 100 Datenpunkte gespeichert werden können. Abgesehen von diesem Beispiel findet man solche Konstrukte, dass also eine Struktur einen Pointer auf denselben Datentypen speichert, auch in verketteten Listen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.